Ja, liebe YouTube-Freunde, nach längerem Studieren habe ich mich umentschlossen, heute Sonntag, 19. Mai, mein Gras zu mähen. Jetzt mache ich dann Hochballensimage. Und dem sollte dann schnell wiederum ich Mist führen, um Kürbis pflücken und Kürbis pflanzen hier. Und das Meerwerk habe ich zu meinen Beträgen, ein gutes Meerwerk. Ja, mit dieser unsicheren Wetterlage war es nicht so einfach, mich zu entschliessen, aber ich glaube morgen ist es noch schön und morgen Abend sollte dann dieses Gras schon eingepackt werden in Rundballen. So, 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 Ok, so, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.